Ok, es geht weiter! In Rocktown. Ist das jetzt schwierig? Ist das in Locktown oder Rocktown? Ja... Okay... Rugetown! Ist das Scrawling Level? Hä? Ist das Scrawling Level? Weißt du was das ist? Ups... Dann kann man nicht mehr durch... Weißt du was das Scrawling Level ist? Wenn das mal so vorn geht? Ja... Egal, jetzt hast du was dazu gelernt von mir... Scrawling? Scrawling! Cheese! Achso... Guck mal bitte! Hm... Womit's Kiste! Das sind die Münze! Achso... Ah, die muss man nur einmal besiegen! Weil du jetzt stärker geworden bist oder wie? Nein, ähm, weil... Weil es einfach hierbei... Weil es hier in diesem Level... Wahrscheinlich so ist es auch... Erste nicht was aussuchen... Man muss nur zweimal treffen, dann sind wir schon erledigt! Oder einmal! Die Musik ist voll happy! Guck mal die Stimmung an! Ich guck mal die Musik an! Ich guck mal die Musik an! Ich weiß! Ich pass gar nicht dazu, oder? Bisschen... Juh... Es macht Spaß, auch nicht hier weiter zu helfen! Ja, kannst du... Aber die Musik... Die Musik irritiert mich irgendwie... Die passt gar nicht dazu! Kann man auch welche hier treffen bei dieser Stadt? Meine Leute? Dann kannst du ja auch irgendwelche treffen! Weiß nicht! Achso, nein, nein, nein! Kann man die Tanschia treffen? Ich weiß nicht! Ich denke schon... Ey, wenn nicht, das ist voll scheiße dann! Das ist keine Projekte Probleme gegen Tashigi! Geht auch zwei Gespräche, ne? Ich schwör auf alles! Ich weiß, ja! Und du willst gegen Hartsey kämpfen, man! Irgendwie, wenn ich ganz schnell verprügelt... Okay... Warte... Wieso ist dein Leben nicht auf den grünen Bereich? Hä? Irgendwie ist meine Nase verstofft! Wieso ist dein Leben nicht auf... Du! Warum ist dein Leben nicht auf den grünen Bereich? Und immer noch auf gelb? Nein, das haben die Ex... Das ist... Das geht nicht so... Das geht nicht so... Das ist voll scheiße! Ja, das habe ich zu überkriegen hier! Wieso? Meine rauszudraut! Ey, das wäre gleich... Das wäre gleichberechtigung, wenn die jetzt auf grün und grün so wäre! Das ist wirklich nicht... Ich warte... Ich warte so... Okay, wo... Warte... Ah, yeah! Jetzt rüber springen! Ich glaube, du triffst keinen von deiner Crew... Warte, ist es vorbei jetzt? Nein, ich gehwalt! Warte? Ja, es geht weiter... So... Ich dachte schon... Muss ich irgendwie zur Seite springen. nein, ich surviv kann... aber die Musik mag ich voll ndyndyndyndyndyndyndyndyndyndyndyndyndyndyndyndyndyndyndyndyndyndyndyendyndyître Aber die Musik ist doch geil, oder? Mach doch richtig... Das hättest du noch schaffen können. Und weg mit dir. Musst du da hin, das weiß ich gar nicht. Und was ist denn nicht? Doch, sonst geht das doch gar nicht. Ich dachte schon, dass ich eine Sackgasse. Das wäre heftig gewesen. Und dann kommt unsere kleine Screen. Muuu-ha-ha-ha-ha-ha. Hochgenommen. Wo soll ich hin? Ihr. Junge, er hat ja gar nicht. Übertreibt die Kacke. Was ist denn da durch? Er lässt mich nicht durch. Warte. Das ist ja gut, nicht? Warte. Ich hasse dich dafür. Ich kann doch nichts dafür. Doch, kannst du. Kann ich gar nicht. Doch. Nein. Wenn du sagst, dass du ein Pro-Gamer bist, dann musst du mir ein Pro-Gamer spielen. Ja, ich weiß ja nicht, dass ich irgendwo spielen muss. Was heißt das denn wohl? Dass man auch verlieren kann. Ich hab mich noch nie ein Pro-Gamer bezeichnet. Das ist die größte Liga, du dir jetzt gesagt hast. Das war die größte Liga. Geh einfach mal rechts. Junge, das hing bei mir. Das hing bei mir. Was denn? Die Stelle kurz hingeworgen. Soll ich rechts gehen? Warte mal. Das Essen. Münze. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Hier. Und weg mit dir. Die Musik ist echt geil. Ach, ich mach rechts. Okay. So. Und wo jetzt? Keine Ahnung. Bitteschön. Oh, bitte. Sag mal, wo soll ich jetzt hoch? Nein, warte doch, verdammte Kacke noch mal. Wir würden ja haben Minuten. Was? Willst du Cut machen oder was? Ja. Wieso? Dann scheint er wohl aufgezeichnet. Hä? Okay. Lass mal Finger an den Sohra. Du darfst an den Grenzen nicht überschreiten. Du darfst an den Grenzen nicht überschreiten. Ach so, nur mit der linken Post. Nein. Ich hab die Mikro geschlagen, verdammt. Egal, aber komm, machen wir schnell hier. Klippi, geh rein nach hinten, geh nach vorne. Oder nach vorne. Wir machen einfach so. Mach mal einfach, geh da hin. Machen wir die zweite Welt. Okay, wir sehen uns da in der Stelle gleich wieder. Tschüss. Okay. Es geht weiter, steh auf, Musti. Wir haben diese Stelle öfters gemacht und Musti ist abgekatscht. Ey, das war ab sich. Nein, 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 nein. Nein, das war niemals mit Absicht. Sag ich nochmal? Mach das nicht nochmal. Das war... Okay, okay. Diese Stellen haben mich traumatisiert. Oh man, das ist lustig. Sehr traumatisiert. Scheiße, musst du das reingekackt? Und so. Okay, das ist easy. So und... Ah, gut so. Boah, ich muss das noch kraften, der ist mal... Ah, das kommt... Oh, scheiße. Irgendjemand, lacht dich nicht kaputt. Wenn ihr es aufgenommen hätten, hätten sie alle aus Schlapp gelacht. Oh, das ist doch mal lustig, so ein Special. Echt ein Special musst du da was machen. Lustig, wir mal beim Spielen. Hä? Juhu, nein, so lustig, wir mal beim Spielen. Juhu, juhu. Ich war's noch witz. Ich würde es ja gerne machen, aber... Dann musst du jeden Part dann hoch... Also jeden Part dann wieder angucken. Dann wieder auf... Also das dann runterladen, um das anzugucken. Okay, stimmt. Junge! Das ist unfair. Nein, 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 nicht mit mir, Kumpel. Doch, mit dir schon. Du wichst. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Das hat keine Absicht. Nächste, ich trau mich so was. Achso, wusstest du was? Ja. Ich hab mich so gut an die Stelle erinnern, ne? Ich hab mich so auch verloren. Ja, Leute, er hat oft gefehlt. Also zweimal, ne? Ja, ist klar. Diese Stelle hat man ja gesehen, wie auch du gefehlt hast. Nicht mit mir komplett. Bombe brauchst du, oder nicht? Ja, ich glaub schon, ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, du brauchst es das. Soll ich werfen? Nein, du sollst einfach vorstehen und denken, ach, scheiß auf doch. Ich würde gerne machen, aber ich... Ich bin so aufs Schweren, guck, deshalb liebe ich das so. Ich hasse diese verdammte Nettenkitzlerei hier. Warte, 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 warte. Verdammte! Ja, guck, guck, guck! Das war keine Absicht, das war keine Absicht. Du weißt, dass das sein letztes Leben war. Oh, nein, okay. Junge, man, ja, ich bin zu hochgesprungen, das ging dann nicht mehr. Egal, egal. Du bist wieder da, wieder vor. Okay, komm. Überschaffens. Sehen wir mal. Überschaffens. Warte, komm, bald, ich bin, wo Tashi ist. Ja, hier, siehst du. Ey, ich bin, ach so, ich will gar nicht so weit. Also, sind wir bald da? Ja, stimmt, ja, ja. Wieso gibt's noch fünf beiden davon? Warte, mach... Die macht die kaputt, der kann sie hochkommen. Die verarschen. Die Stelle ist halt nicht schwer, auch wenn es so aussieht. Das sieht nicht leicht aus, das sieht gefährlich aus. Achso. Ich denke, Edith mal, du wirst jetzt runterfallen oder so. Man muss nicht brechen, sie sind bald fertig, ich wollte kurz erwähnen. Oder man muss nicht brechen zählen, die andere Breze gehört Nia. Nicht, dass du wieder auffrisst. Man kann alles nicht. Ist klar, du isst einfach so weiter. Dein Männerkurzeitsgedächtnis, dein Männerkurzeitsgedächtnis. Lass mich. Warte, du hast eine Bombe, kannst du die benutzen für irgendwas? Ja, für Tashi. Ich schwör auf alles. Kann nicht. Mann, du bist ja die Echthin-Geräusche verloren. Ach du Scheiße, Mann. Ich muss die Haut mit der Kacke, mein Nerven. Warte, warte. So. Jetzt einmal. Nein, zweimal. Okay. Was zur Hölle? Bitte, bitte, herauf, 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 kommt nichts mehr. Warte, kommt gleich die Stelle? Ich weiß nicht. Ist klar. Fahrt zur Hölle. Jetzt geht's doch. Die sind so unfähig, ich kann nicht mehr über Kisten klettern. Oh. Danke. Schön. Okay. Hä? Achso. Verdammt. Du bist besser, ich kann dir das nicht machen, ey. Tashi, wie geht's dir? Ich schwör auf alles. Wie geht's dir? Verdammt. Ich werde dich nicht durchlassen. Nö. ich habe alles ein bisschen ja du schlägst sie und die macht einfach weiter ob es nichts wäre hat eigentlich viel abgezogen oha dass sie viel ab kann sie auch kann sie noch irgendwie männer und macht die ganze nirgendwie männer rufen oder so weiß ich nicht ich glaube nicht machte wieder stammt war bei ihr und so das ist das ist ja jemand kommt rein ja das auch aber ich dachte ich hätte die bildes wir einsetzen okay jemand ist da aber das ist nicht kapi ist ein bekannter kannst du ja egal dass man weiter ich komme mit der große mann kommt ihr fickt dich dich ich hab mal nichts an das voll scheiße machen nein wieso nicht das ist keine schande und bams hatte du kannst noch schaffen übertreibt du schlampe so das ist schön ach so ein weiß die taktik wie man sie besiegen kann so sagen wie die taktik ist so dann über sie springen und dann auf der andere seite ist gleich normal machen das wäre die sicherste taktik muss die was gehört hatte ich weiß was weiß aber nein ich weiß es nicht so und dann über sie springen das war das war meine taktik so und dann über sie springen dann so auf der andere seite das gleich normal bist du dann ja jetzt gibt es noch ein bisschen mehr als du ja okay jetzt habt ihr gleich viel verdammte kacke noch mal ich dachte ich schwer die hallo die ist echt schwer wie du gerade wie du gerade kämpfst wie du gerade kämpfst dann sieht man dann dann denkt man dass es leicht ist ja das sieht so aus was auf verdammte kacke du schlampe hör auf verdammte scheiße verdammte kacke verdammte kacke verdammte kacke oder wir können das unter 10 schaffen von 9 ok christin was neues dass ihre schwerte bekommen besonderes sag ich mal die selben fähig hier zum smoker ich hab sie alle nicht feine boss ich weiß kann mal ohne sanji die eine und die eine in die eine die sicher ist eine die auch unsicher ist wie viele hat das spaß die er wenn das jetzt irgendwie zu schwer ich zeige dir was ich meine dass da ich zeige vielleicht kommt es doch bei dir vielleicht ist so bei mir so was denn was denn bei dir anders als von mir das meine ich kann ihn nicht richtig so und bei mir klappt es oder wie das irgendwie auch so bei mir was halt ein Glück hat etwas scheiß das mal keine Sachen das waren die Kumpels nicht rufen kann aber wenn er schaffst dann bist du für ewig alt und für ewig um als hart also war die Spieler hier bezeichnet also also wie heißt das nein 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 ja oder nein heißt das so verdammt ich weiß das wort nicht wenn du irgendwas gewonnen hast dann bist du für immer der sieger davon also erst mal da eine sieger der urkunde bekommen und das ist so gesagt ja nur von der könig der piraten ja sozusagen und und dann sieht ging es nur kauf hat wurde und ist das immer hier auf youtube deswegen das war ja so ja seine ehrung sozusagen aber du hast trotzdem nicht schaffen weil es schwer ist was ist wenn du jetzt ganze probleme hat sollen das machen nein dann nicht ich habe eine bessere idee ein bisschen vorspielen und dann weitermachen die bessere idee besser ziehen und was eigentlich das letzte mal dass du das gezockt hast bei dir also ausgeschüttet bei dir ich weiß nicht mehr guck und so die einbalken hat sie geschafft und dann passt dein ganzes leben ist weg kann man nicht irgendwie leben zurückbekommen oder haben sie echt erwartet dass man irgendwie volle leben bei ihm hat okay warte mama gleich f1 warte ja jetzt okay es geht weiter wir versuchen das nur einmal gegen smoker dann gehe ich ihm die sichere taktik die länger dauert die kann er den zehn part hier machen scheiße wieso oh ich habe nach diesem part ist dann sind deine britte sowieso fertig mach sie jetzt die sichere taktik machen wir die sichere taktik besser aber dann muss ich ganz so machen warte ich zeig dir mal wie so die ganze zeit ja macht doch ist ja keine schande das ist eine strategische taktik wo wir müssen strategisch nachdenken das ist kein scherz jetzt das sage ich nicht auch spaß das stimmt jetzt wirklich was ich meine oder nicht ich weiß nicht wieder warum ich den gehasst habe nein leute dass dieser kampf ist nicht langweilig erst richtig spannend aber ich kann irgendwie meine motivation nicht dazu zeigen und also was jetzt die sichere taktik ja ich weiß nicht so okay das ist gut das ist gut das sieht schön aus das nicht mehr oh man okay wir machen den nächsten part weiter okay ja der kampf ging echt schnell ich weiß okay wir sehen uns im nächsten part tschüss kampf ja ich weiß ich weiß